Dass Pfarrer Rimpel ausgerechnet jetzt nicht da ist. Aber zum Glück hatte Pfarrer Weidenfeld so spontan Zeit für mich. Ich hatte gehofft, ich würde mich nach der Beichte besser fühlen. Aber auch wenn ich jetzt drei Rosenkränze gebetet habe, das reicht einfach nicht. Ich muss Buße tun. Ich muss mit William reden und ihm alles erklären. Wer weiß, vielleicht verzeiht er mir sogar. 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 Vielen Dank.